So, jetzt machen wir noch eines, jetzt filmen wir nochmal so ein T-Send, woher dir anzeigt das EGT, wenn der zu kalt wird. Ah ja. Das machen wir jetzt noch einmal, weil ich mache das einmal, wie man es nicht machen soll. Das machen wir Full Ridge. Und jetzt nehme ich einfach mal das Gas raus. Genau, jetzt hat er 51 Grad Temperatur unten an Unterschieden, dann fängt er an, hier Coal zu blinken. So, das machen wir jetzt dann nicht. Wir wollen ja den Motor nicht zerstören. Genau. Okay, also die Warnung ist dann, wenn er zu kalt ist. Genau. Und jetzt filmen wir weiter, Arnulf. Ja.